Hallo meine Freunde, mein Name ist Playloss und in dieser Kurzdokumentation geht es um den größten Diamantenraub in der Geschichte. Bei dem Filmreifeneinbruch in das Antwerpener Diamond Center stahlen die Diebe Diamanten im Wert von mehreren Millionen Dollar. Ein Großteil der Beute ist bis heute unentdeckt. Doch bevor das Video losgeht, check doch mal kurz ab, ob du meinen Kanal schon abonniert hast. Danke für deinen Support. Das Diamond Center liegt in einem Bereich in Antwerpen, der auch bekannt als Diamond District ist. 80% aller Diamanten der Welt werden dort poliert und in Schmuck verarbeitet. Das ist auch der Grund, weshalb das Center unter maximaler Bewachung steht. Die belgische Regierung schickt sogar extra Polizeieinheiten, um den Bereich zu schützen. Mit Unterstützung von mehreren hochmodernen Kameras, die 24 Stunden am Tag das Gebiet überwachen. Das komplette Areal ist zudem mit ausfahrbaren Stahlzylindern ausgestattet, die jedes Fahrzeug blockieren können, das hinein oder herausfährt. Innerhalb des streng überwachten Komplexes sind Diamantenhändler aus aller Welt, die Büros oder Geschäfte betreiben. Zur Aufbewahrung ihrer wertvollen Güter werden spezielle Schließfächer benutzt, die in einem riesigen Tresor verschlossen sind. Dieser befindet sich zwei Stockwerke unter dem Erdgeschoss und wird mit einem heftigen Schloss gesichert, bei dem es millionenfache Kombinationsmöglichkeiten gibt. Zusätzlich überwacht ein Infrarotdetektor das Innere des Tresors, der bei einem Temperaturunterschied sofort Alarm auslösen würde. Neben einem Lichtsensor und einem Magnetsensor, der beim Öffnen der Tresortür ebenfalls Alarm schlägt. Und dazu wird klassisch immer noch zusätzlich ein Schlüssel gebraucht. Diese krassen Sicherheitsmechanismen, bloß die Tatsache, dass auch ein schwer bewaffneter Sicherheitsdienst die Gegend bewacht, legt die Vermutung nahe, dass es unmöglich sei, das Center auszurauben. Dies galt zumindest bis zu diesem Tag, als ein fünfköpfiges Team unter der Führung des italienischen Gangster Leonardo Notabatolo beschloss, das Ding auszurauben. Doch wie kam sie auf diese Idee? Bei einem Kaffee mit einem Juvenhändler wurde ihm mal die Frage gestellt, ob er den Raub für möglich hält. Ohne mit der Wimper zu zucken, beantwortete er diese Frage mit einem Ja. Der Händler versprach Leonardo, dass dort Ware im Wert von über 100 Millionen Dollar lagern würden. Doch wie konnte es möglich sein, als Fremder unentdeckt die Gegend auszuspionieren? Leonardo war dort eben kein Unbekannter mehr. Er hatte nämlich bereits drei Jahre vor dem Raub ein Büro im Zentrum gemietet. Als vermeintlicher Geschäftsmann bekam er dadurch eine Karte, die ihm erlaubte, sich frei in diesen Bereichen zu bewegen. Nach all den Jahren war er den meisten Händlern und Mitarbeitern des Wachdienst zumindest vom Sehen her bekannt. Und er war gewiss kein Amateur. Seitdem Leo ein Teenager war, klaute er was das Zeug hält. Im Laufe der Jahre wurde er immer effektiver. Mit Ende 40 konnte man sagen, dass er ein professioneller Dieb ist, der damit seinen Lebensunterhalt finanzierte. Die erste Aufgabe, um diesen großen Coop über die Bühne zu bringen, war es erstmal Bilder von dem Gebäude und dem Tresor zu machen. Dabei nutzte er einen Kugelschreiber, in dem eine kleine Kamera eingebaut war. Nachdem dieser verschiedene Foto- und Videoaufnahmen gemacht hatte, traf er sich wieder mit dem Juwelenhändler, der an der Planung mitbeteiligt war. Der Treffpunkt war eine versteckte Lagerhalle. Zu seiner großen Überraschung stand dort drin eine 1 zu 1 Kopie von dem Tresorraum, der anhand seiner Bilder entworfen worden ist. Und in dem Tresor standen 3 mysteriöse italienische Männer, von dem er jeweils nur den Spitznamen kannte, damit im Fall einer Festnahme niemand auspacken konnte. Diese Männer waren jeweils Spezialisten in ihrem Gebiet. Ich stelle sie euch kurz vor. Der erste wurde der Geniale genannt. Er ist ein Experte im Deaktivieren von Alarmsystemen. Der zweite wird das Monster genannt. Er ist ein Elektroniker und Mechaniker. Und zu guter Letzt der König der Schlüssel. Er ist ein Experte in der Schlüsselherstellung. Er wurde beauftragt, eine Kopie des Tresorschlüssels anzufertigen. Um dies zu ermöglichen, wurde eine weitere versteckte Kamera in einer Lampe über den Tresor platziert. Durch diese Bilder kamen sie sogar an die Zahlenkombination der Schließanlage. Der letzte Step vor dem großen Coop war es nochmal unauffällig, Zugang zum Tresorraum zu bekommen. Denn am Tag und mit Genehmigung war es möglich, diesen Raum legal zu betreten. Auch die Sicherheitssensoren sind natürlich bei Normalbetrieb ausgeschalten. Diese werden erst wieder am Abend aktiviert, wenn kein Zutritt mehr gestattet ist. Leonardo war es möglich, mit einer einfachen Frauenhaarspraydose den Bewegungsmelder und den Hitzesensor so zu manipulieren, dass ein Auslösen verhindert werden sollte. Das einzige Problem war, er wusste nicht, wie lange das halten würde. Alles lief soweit nach Plan und die Sicherheitsmänner bekamen von der Vorbereitung nichts mit. Auf dem Überwachungskameras wurde nur festgehalten, wie er schnell rein und raus ging. Und das war nicht sonderlich verdächtig, da dies mehrere Male am Tag passiert, wenn Geschäftsmänner wertvolle Sachen verstauen wollten. Zu diesem Zeitpunkt wurde jeder einzelne Schritt des Raubes 100 Mal besprochen und trainiert. Und nun stand der große Tag an. Es ist der 15. Februar 2003, Antwerpen, Belgien. Leo mietet einen Fluchtwagen und lädt die drei Italiener und einen weiteren Freund, der Speedy genannt wird, an einem Garten hinter dem Diamond Center ab. Dies ist ein Bereich, an dem fast keine Überwachungskameras stehen. Mit einer Leiter, die zuvor in dem Garten versteckt worden ist, klettern sie auf einem Balkon. Ein Hitzesensor am Fenster wurde mit einer Polyestermatte verdeckt und so ebenfalls funktionsunfähig gemacht. Dadurch konnten sie ohne Probleme das Fenster aufhebeln. Das Team hatte es nun erfolgreich geschafft, Zugang zum Gebäude zu erlangen. Jeder von ihnen trug dabei Handschuhe, um Fingerabdrücke zu vermeiden. Auf dem Weg zum Tresorraum verdeckten sie alle Kameras mit einem schwarzen Klebeband und einer Plastiktüte. So konnten sie Licht benutzen, ohne dass die Sensoren Alarm schlugen. Vor der Tresortür begann dann die richtige Arbeit. Das erste, das sie überwinden mussten, war eine magnetische Verriegelung, die aus zwei Blatten bestand. Sobald die zwei Magnete nicht mehr verbunden sind, löst es einen Alarm aus. Das Genie unter den Räubern überlistet das System mit einer selbstgebauten Aluminiumkonstruktion, die er an die Blatten verschraubte. Danach sollte das Duplikat des Tresorschlüssels verwendet werden. In diesem Moment kam den Tätern die Erinnerung, dass die Wachen jedes Mal vor dem Öffnen der Türe in einen kleinen Raum gegangen sind, gleich nebenan. Deshalb beschloss er, bevor er den Fake-Schlüssel verwendet, doch kurz nochmal da reinzuschauen. Zu seiner Verwunderung fand er dort den Originalschlüssel. Natürlich wurde dieser dann verwendet. Nun fehlte der Truppe nur noch ein letzter Schritt. Die Zahlenkombination, die man an der Türe eingeben muss. Doch bevor sie das taten, wurden alle Lichter wieder ausgemacht, um den Lichtsensor im Inneren des Tresores nicht zu triggern. Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass die Nummern korrekt notiert worden sind, denn es gibt dafür keine zweite Chance. Es gab einen kurzen Moment der Anspannung, doch dann ließ sich die Türe ohne Probleme öffnen. Alle Arbeiten mussten ab jetzt in totaler Dunkelheit ausgeführt werden. Der Elektriker der Bande hängte die Kabel der Alarmanlage um, dass kein Signal mehr nach draußen gelangen konnte. Der Licht- und Hitzesensor wurde ebenfalls ausgeschaltet, sowie die Überwachungskameras. Alles lief weiterhin nach Plan. Leo gab nun den Befehl, nachdem alle Sicherheitsmechanismen ausgeschalten waren, die wertvollen Schließfächer mit einem Handbohrer gewaltsam zu öffnen. Immer noch in kompletter Dunkelheit begann das Team die Beutel mit allem, was sie dort drin fanden, zu füllen. Juwelen, Diamanten und Bargeld. Alles war voll davon. Um 5.30 Uhr war es dann vollbracht. Ihnen ist der größte Diamantenraub in der Geschichte der Menschheit gelungen. Und daraufhin fuhren sie die Beute in ein extra dafür gemietetes Apartment. Doch dann beim Öffnen, Zählen und Schätzen der Ware, der große Schock, statt den vermuteten Wert von über 100 Millionen Dollar, befand sich dort nur etwas über 20 Millionen. Leonardo konnte sich dies im ersten Moment nicht erklären. Hatte sich der Juwelenhändler, der ihm den Tipp gegeben hat, etwa geirrt? Ihm kam der Verdacht auf, dass der Händler eventuell seine Freunde gewarnt hatte, die Fächer vor dem Raub zu leeren, um dann eine riesige Versicherungssumme abzukassieren. Dies bleibt aber nur eine Vermutung. Am 17. Februar 2003 stellt dann eine Wache schockiert fest, dass der Tresor ausgeräumt wurde. Alle Schließfächer waren aufgebrochen, es war das totale Chaos. Niemand konnte sich das vorstellen, dass Diamanten im Wert von Millionen von Dollar verschwanden, ohne eine Spur der Einbrecher vor Ort. Zwei Tage nach dem Entdecken des Raubes rief ein Förster die Behörden, weil er in einem Waldstück nahe der Autobahn einen Haufen Müll fand. Er ging davon aus, dass Jugendliche dafür verantwortlich waren. Dummerweise waren Plastiktüten dabei mit der Aufschrift Diamond Center. Und so wurde schnell klar, dass dies kein einfacher Müll war, sondern die Überreste der Beute, die den Tätern als nicht wertvoll genug erschien. Neben all dem Zeug lag auch ein angebissenes Sandwich mit der DNA von Leonardo. Zur Erinnerung, er hat es geschafft, schwer bewaffnete Wachen und diverse Sicherheitsmechanismen auszuschalten ohne Komplikationen, doch dieses Sandwich wurde sein Endgegner. Vor Gericht wurde ihm vorgeworfen, der Kopf hinter dem Kube zu sein. Aufgrund dessen, dass er seine Mittäter nicht verriet, kassierte er 10 Jahre. Sein komplettes Team wurde dennoch auch ohne seine Hilfe ebenfalls ermittelt. Leonardo ist heute übrigens wieder ein freier Mann. Und die Beute wurde nie gefunden. Was ist eure Meinung zu diesem Raub? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.